das sieht aus wie diese freche weide aus dem harry potter film die menschen umher schleudert und autos ich bin gerade auf dem weg zu den wellen oder war aber ich bin so langsam gelaufen weil ich alles so mich aufgesaugt habe und die zeit zu vergessen habe und ich habe an blättern gerochen und mit meinen füßen in der erde gegraben und baumrinden gefühlt und jetzt ist plötzlich über mir dunkel geworden und ich bin fast an den willen ich hab's fast geschafft seit tagen nehme ich es mir vor um sie euch mal zu zeigen und dann ging ein kleiner trampelpfad ab es ist wie wenn ich eine geschichte erzähle und ein kleiner abzweig kommt es ging ein kleiner trampelpfad ab und dem bin ich gefolgt und jetzt bin ich hier gelandet bei dieser ist es die weeping willow diese magischen hat zum birden artigen baum und bin jetzt hier in der könnte den mond sind dieses wahnsinnig und die kleine mütige in der dunkelheit aber die könnte wahrscheinlich nicht sehen komisch dann bin ich hier am anderen ende der welt nicht ganz aber beinahe und bei euch ist bestimmt gerade geht es bestimmt drunter und drüber mit dem weihnachtsstress und den geschenken und ich kenne das noch von der uni oder als ich als grundschullehrerin gearbeitet habe das gerade vor weihnachten noch mal so ein richtiger so ein endspurt kommt weil 1000 sachen noch gemacht oder abgegeben werden müssen und die ganzen prüfungen noch vor den weihnachtsferien geschrieben werden und so und ich kenne das so gut und dann haben die meisten menschen auch irgendwie irgendeine art von ferien und wollen diese und jene sache nicht mit in die ferien nehmen und versuchen das noch davor zu machen und die ganzen geschenke und so und ich habe gerade was das angeht gestern am feuer wie ich euch das schon gezeigt habe einen podcast aufgenommen und der ist total schön geworden ich bin richtig stolz und ich bin ganz ganz froh euch den zu zeigen der heißt so nackt wie der mond und den wird es morgen geben morgen 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 gibt es den podcast für euch und für alle die noch gar nicht wussten dass es überhaupt podcast gibt die können wir unten auf den link in der beschreibungsbox klicken ich habe nämlich eine einzige podcast folge bis jetzt aufgenommen und die heißt rosenblätter im mund der podcast generell heißt wüstensand und mondgeflüster und genau wer also jetzt total aus dem häuschen ist dass morgen der podcast kommt und der und uns noch gar und ich wusste dass es einen gibt der kann jetzt schon mal vorhören und sich in stimmung bringen und genau überlegt euch schon mal einen schönen moment wo ihr den hören könnt es ist nämlich ganz ganz ruhiger anti vorweihnachtsstress podcast mit feuergeknister und vielleicht macht ihr euch einen schönen abend in der badewanne oder spaziergang durch den schnee gibt es schon schnee in deutschland und könnt euch jetzt schon mal einen schönen moment aussuchen um den zu hören ja oh man und ich denke ich werde so langsam wieder zurückgehen ich habe nämlich hier auf der insel schon die geschichte mich komplett zu verlaufen weil ich die ganze zeit denke mir kann ja nichts passieren es ist ja so eine kleine insel und so und ich laufe einfach drauf los und wenn hier hans guckt in die luft und schlag irgendwelche komischen trampelpfade ein die ich hinterher nie wieder finde weil ich auch immer in kompletter dunkelheit irgendwie wieder zu hause ankomme und ja deshalb sollte ich jetzt nicht zu den willen gehen sondern gucken dass ich den weg wieder nach hause finde ja mein laptop steht noch am feuer noch von gestern von der podcast aufnahme und die dicken dicken olivenholzklötze brennen lichterloh und wärmen meinen rücken kleine müh liegt neben mir mit ihrem kopf auf meinem schoß und schnurrt wie ein kätzchen nein sie bellt im schlaf wenn sie träumt und ich habe noch ein paar kartoffeln und muss immer noch nicht raus um einkaufen zu gehen muss immer noch nicht raus in die gesellschaft und bin ganz glücklich mich jetzt für den rest des abends in meine kleine blase zurück zu ziehen und dann für euch weiter zu schreiben er hat die schafe grüßen euch auch wir schicken euch sehr viel liebe der mond auch diese weide die man mittlerweile gar nicht mehr erkennen kann und ich seid geküsst freudig auf den podcast morgen so nackt wie der mond ich habe euch sehr sehr lieb das morgen